Yo Leute und damit Willkommen zurück zu Dunkelkong Country 3 Dixiel Kongs Double Trouble mit dem Flash Mit Centus Hallo Hallo Mal weiter geht's Mal weiter geht's Nachdem wir kurz Pause gemacht haben Flash hat sich noch Mini Schnitzel reingepfiffen M-m-m Oh doch Keine Weise Er hat sich ganz in die Fresse geschoben Keine Weise für Ich hab's heute nur gehört Ja siehst du hast nur was gehört Aber weise Ich hab' Ohm-ohm gehört Ja Ohm-ohm-ohm Siehst du Aber so richtig Fressgeräusch Nein das war Das war niemals ein Schnitzel Nein Das war nur Tarnung Ja ja Das war ein Steak ne Ne Könnte ja auch mal wieder machen Aber nur mit 2 haben Wieder ein bisschen wärmer Oder Winter grillen Ist auch geil Ja Schnapp Nein Oh doch Oh doch Oh doch Ah ist das das Gute ist Ich hab ja noch Kartoffeln dabei Und man will nichts davon hören Weil ich hab ja mal klein mache Wasse Und siehst du Und so könnte ich jetzt nebenbei ganz gechillt essen was ist für mich wieder voll in den rhein und machst du denn sowas weil ich doch ex an donkey verlieren will weißt du doch ja gut guck mal jetzt hast du den trick doch angewendet deine oma nein hör auf doch was ich weiß nicht ich gefressen sind doch gar nicht so beim ding gestorben und flücht gestorben darfst du erst mal da weiter ja irgendwann mal rennschnitze rennen leute wenn ihr den schlechtesten film aller zeitblick wollt guckt einfach kartoffelsalat hast du das auch schon gelesen habe ich nicht mit dir darüber gesprochen hat ach nee war mit vtf nein 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 ich hätte schaffen können verdammt war mit vtf ja habe ich mitbekommen war aber so abzusehen irgendwie ja klar der schlechteste film aller zeiten kann wundern wenn da so komischen leute wie dagi b mitmachen ja geld ist geld gut dass ich den noch kein einziges mal geguckt habe will ich auch nicht weil so wie schon ein t-shirt von bt tv bestellt habe ok du weißt bestimmt welches ne ne weiß ich nicht ich guck die gar nicht aber ibladi guckst du ja der hatte ein t-shirt davon an dieses behindert ja jeder möchte ein bienchen sein behindert ja naja und alle die dagi b hassen kaufen sich das nein überhaupt nicht ich mag sie schon ich habe sie nur blockiert ich mag sie schon ich habe sie nur blockiert ja challenge hier challenge da challenge überall meine haare will ich auch nicht flechten ne gib zu das machst du doch reinlich ja aber unten die ne je das wollte jetzt aber keiner wissen die haben schon dreadlocks das wollte aber jetzt keiner wissen weil die sind immer auf öko ja öko paule schafft er das auch noch ne oben links das ist das was ich vorhin machen wollte eigentlich meins danke jetzt haben wir noch drei mini schnitzel vor mir weil die kann ich nicht in aufnahme essen ne das würde auffallen weil ich noch kein messer dabei habe geschafft weil ich ja clever war weil ich ja clever war bin ja wie immer bist du auch bescheuert oh der ketchup der ist scharf der zieht richtig so ich glaube der brennt auch zweimal das ist eine lebensweisheit und du weißt genau die lebensweisheit wo ich hasse dieses game na klar einmal brennst wenn oben reingeht und wenn es da unten rauskommt nein würde es nie tun nein überhaupt nicht und ich dachte du liebst das level auf jeden fall wie klappt das gerade nicht was du wolltest ne immer ne das ist mies wenn das so richtig knapp ist oh nein na schinker nein nein doch auch meine hände sind gerade schwitzig alter oh mein gott alter meine hände oh das ist ja safe ne ich hab so eine knall das sieht kommt doch eigentlich immer nur wenn die affen da sind ja aber tröste dich wir sind doch zwei affen ja und du bist der oba scheiße das scheiße ja 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 das ist konzentrationsarbeit es kommt danach kommen meine lieblingslevel speichern ja wir machen uns schon aufgrad und internet für 60 sucht die die rungine ich würde mich dafür auch nicht muten bei mir auf den aufnahmen überhaupt nicht wie er geht aber eine drehung spritzendes gesicht die blau schießen schweiz zu einer umschießen müssen wie er geht das muss ich sowieso den kenne ich ja noch nein was ist jetzt fast geschafft jetzt fast die erste hunde geschafft ganz vorne nach oben schießen aber noch was so ganz wenn du springst schießen einfach nur an und an der gleichen stelle schießt aber noch genau weißt du bestehen muss nein 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 fuck war zu hastig eben das war zu hastig naja ja ja ja